Moin zusammen, ja wie einige von euch wissen habe ich mir hier so einen elektronisch steuerbaren Gimbal geholt und den gibt es auch passend für die GoPro und da ich von dem Teil so begeistert bin dachte ich mir, ich hole mir da auch noch einen, da kann ich bestimmt auch mal ein paar geile Aufnahmen mitmachen und vom Prinzip her ist das sehr sehr ähnlich, wir haben allerdings eine andere Gewichtsverteilung natürlich bei einer kleinen GoPro im Verhältnis zu einem Smartphone und dementsprechend sieht auch die ganze Konstruktion hier ein bisschen anders aus, es ist vom Gewicht her auch anders austariert. Ja, ist hier Modell bezeichnet Z1 Pround, so nennt sich das und haben auch wieder vom gleichen Prinzip hier Ladegerät für die Akkus dabei, die Akkus sind hier genau, das sind jetzt in einer anderen Form die Akkus, deswegen ist das ganze Ding hier ein bisschen länger wird dann hier zusammengeschraubt, Akkus setze ich jetzt nicht rein, die muss ich gleich erst mal aufladen, so sieht das jetzt aus und stabilisiert dann auch hier wieder richtig schön, wir können hier nochmal ein paar Justierungen nachmachen, sprich diese Steuerung hier ist mit den Knöpfen zu bedienen und das hatte ich glaube ich im letzten Video falsch gesagt, hierüber kann nicht aufgeladen werden über den Micro USB Port, sondern wirklich nur die Konfiguration passiert darüber, das noch zur Korrektur genau, denn das reine Aufladen geht wirklich nur über dieses externen Ladegerät, das extra dabei ist. Ja, was haben wir sonst noch hier, haben wir ein kleines Verbindungskabel, da haben wir hier noch bestimmt ein Micro USB Kabel, genau, ja das werde ich jetzt auch gleich mal direkt anwenden für die Konfiguration, für die Kalibrierung, so heißt es richtig. Hier noch ein paar kleine Schräubchen, muss ich mal nachgucken, wofür die alle sind. So, ja und die GoPro, die wird ja hier reingesetzt, genau, das wird dann zur Fixierung der GoPro sein, nehme ich mal an. Wollte ich gleich mal gucken, wie das Ganze funktioniert, wie man die hier befestigt, ne, wenn dann so rum, oder so. Ja, da müssen wir gleich mal gucken, das ist ein bisschen komplizierter, als, oder doch, so rum dann, mal gucken, hier müsste auch irgendwo noch so ein, da unten ist er doch, ich spüre ihn schon genau, da unten ist der Bügel, der dann hier montiert wird und dafür auch die Schrauben, damit die Kamera auch gehalten wird. Ich werde das Ganze montieren und kalibrieren und dann geht es mit einem Vergleichsvideo ohne, wie ich die Kamera einfach nur so trage und dann mit dem Gimbal weiter. Jo, wie ihr nun sehen könnt, das Ganze ist jetzt soweit erfolgreich montiert und man sieht hier auch richtig schön die Bewegungen, dass sie wirklich komplett ausgeglichen werden. Und, ja, also für meinen Geschmack läuft das Ganze auch noch ein bisschen geschmeidiger als beim Smartphone. Ich schätze, das liegt einfach an dem Gewicht, weil bei einer kleinen GoPro muss da einfach weniger ausgeglichen werden. Ich habe das Mikrofon an, mal gucken, ob es klappt und würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier den Lauftest mit und um. So, los geht's, ich habe die Kamera jetzt in der Hand und gehe jetzt einfach mal ein paar Schritte. So sieht das aus und ich bin gespannt drauf. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu laufen, ein paar Meter. So, und dann sollten eigentlich auch schon einige Verwackelungen drin sein im Video. Jetzt mal wieder hier ein paar Meter zurück. So, mit Flipflops zu laufen. So, ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Test. Jetzt schließe ich das Ganze nochmal an den Gimbal an und dann testen wir das genauso. So, und los geht's. Jetzt ist das Ganze hier auf dem Gimbal drauf und ich mache jetzt mal hier so eine ganz coole Bewegung hoch wie runter, links, rechts oder andersrum, rechts, links. So, und dann sollte das Ganze doch jetzt wirklich flüssig laufen. Und jetzt auch mal ein kleiner Lauf. Ja, und ich denke, damit haben wir auch direkt wieder einen richtig schönen Unterschied gemacht. Ne, wenn ich jetzt hier so runterfahre. Ja, also ich finde da echt tierisch begeistert von. Deswegen habe ich mir auch, wie gesagt, das zweite geholt und hier mit der GoPro noch eine Ecke geiler, wie ich finde eigentlich. Also das ist schon ein ziemlich cooles Ding. Kann man richtig geile Aufnahmen mitmachen. Macht wirklich tierisch Spaß. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne den Daumen nach oben da. Das freut mich und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.